Cooking TV wird Ihnen präsentiert von Ihren Nah- und Frisch-Kaufleuten. Grüß euch, ich bin der Wolfgang Kuba aus Bad Traunstein, arbeite bei der Firma Kasten in Zwettl und habe heute das Vergnügen in Nussdorf ein Grillseminar durchzuführen und Ihnen die Fleischhunde und das Wie und Warum ich weiß, so Grille näher zu bringen. Alles was wir da heute grillen, ist alles von Nahen frisch, eh klar. Keine Ahnung, das ist ja gescheinert. Ja, jetzt sind wir bei der Königsklasse unter Anführungszeichen. Flank von der Flanke, das wird aus dem Bauchloppen rausgeschnitten. Das Einzige, was ich bei dem Ding aufpassen muss, ist, wie das schneit. Da habe ich das Flat Iron Steak, das kommt aus dem Schulterscherzl. Jeder, was gerne gekochtes Rindfleisch isst, weiß, Schulterscherzl ist an und für sich ein super Teil. Und da habe ich das Prime Rip Steak, ist an und für sich der Rossbraten. Schaut zwar extrem fett aus, aber ich werde es da merken, wie super was das ist. Man darf nicht vergessen, das ist ein Ein-Mann-Steak. Das hat ungefähr ein Kilo. Das darf schon ein Randl oben liegen. Roche habe ich bei. Super. Und wenn du sowas drauflegst, da könnt ihr schon Salz draufhaben. Für alle, was sie nicht sehen, da siehst du jetzt wirklich schön Eiweißsaft. Flank Steak, die Flanke. Da sieht man jetzt die Fasern noch einmal super. Seht ihr das? Nein, schau her. Wow, herrlich. Super ist's. Wer will, kann das da kosten. Ich schneide nur einen Sommer. Das ist ein Steak von der Schulter, gell? Gemeckt's. Rum Steak, sprich die Beirut. Wow, herrlich. Du merkst, durch das Rosten habe ich zwar einen leichten, jetzt kommt ein bisschen der Soft raus, aber perfekt. Prime, RIP. Wow, das ist super. Wer noch nie ein Fett gekostet hat, probiert es. Das teuerste Rindfleisch. Halb, halb, halb Fleisch. Cooking TV wurde Ihnen präsentiert von Ihren nahen Frischkaufleuten.